König Charles, Fans bemerken liebevolles in seinem Audienzsaal. Bis zur offiziellen Krönung ist es noch etwas hin, doch König Charles, 74, ist bereits seit geraumer Zeit selbstsicher in seiner neuen Rolle als royales Oberhaupt angekommen. Dies ist nicht nur bei öffentlichen Terminen außerhalb zu erkennen, sondern auch bei Audienzen im Buckingham Palace. Erst die Räume, in denen der König seine Gäste empfängt, sind bereits mit ihm wichtigen Familienfotos bestückt worden. Zudem hat Charles nun begonnen, den Audienzsaal, den seine Mutter Queen Elisabeth, 96, einst gerne nutzte, für Treffen zu wählen. Welche Details Royal Fans dabei besonders ins Auge gesprungen sind, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Miracle Oak. Not am nimic de ascuns, pot să mă sus tot mai sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, mai sus. Tot mai, tot mai sus, 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 sus. Și poate-ți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu-ți spun minciun, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a luvit până acum de fel, de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cu mult.